Angefangen hat alles in die Jugendzeiten, wo wir uns verschiedene Rallys im Fernsehen angeschaut haben, mit unseren Vorbildern Walter Röhrl, Henry Täubernen und so weiter. Anschließend haben wir uns verschiedene Rallys einmal live angeschaut und haben uns gedacht, wir müssen unseren Traum verwirklichen und haben 2005 unser eigenes Rallye-Fahrzeug gebaut, den Audi Quattro. Mit dem Audi Quattro haben wir schon verschiedene Rallys besucht, wie die Rallye Valpatena in Italien, die Eifel Rallye in Deutschland, die Aussteller Rallye Legend, Gruppe B Rallye Legend in Seelfelden und es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch gebaut haben wir uns an Audi Quattro aus dem Jahre 1985. Es handelt sich darum an Audi Quattro Gruppe 4, den wir sehr, sehr originalgetreu nachgebaut haben. Nach Teilnahme von verschiedenen Rallys und Veranstaltungen haben wir ein paar technische Schwierigkeiten gehabt, was wir aber jetzt voll im Griff haben. Und nun darf man uns freuen, wenn wir unser zweiter Traum in der Bildung haben, die Teilnahme bei der Rallye Legend in San Marino. Ehrgeiz, so lautet unser Motto. Wir hoffen, wir sehen uns 2017 in San Marino. Wir hoffen, wir sehen uns 2017 in San Marino. Schllens perspektierte,